Die Revolution begann mit HTTP, dem Hypertext-Transferprotokoll, denn es verlinkt die Welt zu dem umfassenden Netzwerk, das wir heute so schätzen. Hyperlinks haben dafür gesorgt, dass neue Portale, soziale Netzwerke, Wissensbibliotheken, Universitäten, Zeitungen, Zeitschriften und Blogs unsere Welt revolutioniert haben. Doch um in der Flut der Informationen und Zitate jene zu finden, die für uns bedeutend sind, braucht es Suchmaschinen. Ohne Suchmaschinen, Use-Aggregatoren und Links-Sammlungen würden wir uns im Netz verlaufen und Seiten einfach nicht gefunden werden. Außer wahrscheinlich die wenigen ganz Großen. Denen alleine wollen wir aber nicht mehr vertrauen, denn Wahrheit ist Vielfalt. Das gefällt den wenigen ganz Großen aber überhaupt nicht. Und hier kommt das geplante Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Große Presseverleger haben sich in der Bundesregierung durchgesetzt und wollen mit Hilfe des Leistungsschutzrechts die Suchmaschinen für das Auflisten von Links, Zitaten und Verweisen zur Kasse bitten. Sie sagen, die Verweise und Zitate würden zu ihrem Verlagsangebot gehören und deshalb muss dafür von den Suchmaschinen bezahlt werden. Sie verlangen das, obwohl ihre Angebote gratis im Netz stehen und sie selbst bei der Suchmaschine einstellen könnten, ob sie gefunden werden wollen oder nicht. Sie hoffen, dass eines Tages Wissen, Nachrichten und Informationen im Netz nicht mehr frei sind und vor jedem Link eine Mautstation steht. Sie wollen das freie Internet kolonialisieren. Das Leistungsschutzrecht für Presseverleger ist übrigens bisher nur in Deutschland geplant. Wenn du deine Stimme für die Freiheit von Wissen und Informationen erheben willst, dann unterzeichne die Petition beim Deutschen Bundestag gegen das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Für ein freies Internet.